Hey Tim, ich bin ja ein Mädchen und du bist ein Junge. Aber wie ist das mit den Nomen? Sind Nomen Frauen oder Männer? Hey Mila, wenn man sich die Nomen genauer ansieht, merkt man, dass es Nomen von verschiedenen Geschlechtern gibt. Man nennt es das grammatikalische Geschlecht. Dann gibt es sowohl weibliche als auch männliche Nomen? Ja, so ist es. Und es gibt auch eine weitere Besonderheit. Es gibt auch sachliche Nomen, wie zum Beispiel das Bein. Es ist weder weiblich noch männlich und wird mit dem Artikel das bezeichnet. Bein. 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 Bein.